Es ist dreiviertel sechs, herzlich willkommen zu TV Bayern live. Eine Stunde geht es jetzt hier bei RTL um Themen, die den Freistaat bewegen. Und los geht's mit einem ganz Großen des Entertainments, was nichts mit Körpergröße zu tun hat. Die Rede ist von Peter Maffay. Er war jetzt mal wieder auf der ganz großen Leinwand zu sehen, weil die Konzerthalle in München bei weitem nicht Platz für alle Fans des Rockers hatte, wurde die Vorstellung seines neuen Albums live in 72 deutsche Kinosäle übertragen. Wenn das so ist, so heißt das neue Album von Peter Maffay. Das wurde in München vorgestellt. Seit Freitag im Handel dürfte es sich einreihen in die Erfolgsgeschichte seiner Vorgänger. Alle Alben fanden sich seit 1979. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 zurück zum Action Genre. In dem epochalen Fantasy-Abenteuer spielt der 49-Jährige den Außenseiter Kai im Japan des 18. Jahrhunderts. 47 Ronin beruht auf einer wahren Geschichte, die im fernen Japan als berühmteste Legende von Generation zu Generation weitererzählt wird. Monumentales Hollywood-Kino trifft auf fernöstliche Kampf-Ästhetik. Im 3D-Film spielt Reeves den Helden des Action-Epos. 47 führerlose und verbannte Samurai beschließen nach der Tötung ihres Herrn die Ehre ihres Volkes wiederherzustellen. Vertrieben aus ihrer Heimat und verteilt über das ganze Land, ist die Gruppe auf die Hilfe von Halbblut Kai angewiesen. Gemeinsam bahnen sie sich ihren Weg durch eine grausame Welt von mystischen Bestien und schrecklichem Grauen. Ich werde nach euch suchen in 1000 Welten und in 10.000 Leben, bis ich euch finde. Ich werde in jedem Einzelnen auf dich warten. Mit einem schelmischen Lächeln verabschiedete sich die Hollywood-Größe Keanu Reeves von den Fotografen. Der Filmstart ist übrigens der 30. Januar 2014. Er ist der starke Cowboy an der Seite Bulli Herbigs, der Münchner Christian Tramitz. Nachdem es in letzter Zeit etwas ruhiger um den Blödel Baden geworden war, lässt er sich jetzt in der Noris blicken, zum ersten Mal. Fränkischer Humor trifft auf oberbayerische Spaß-Offensive. Ein Deutsch-Österreicher in Franken. Ein Comedian bei den so ganz eigenen Nürnbergern. Macht nichts, sagt Tramitz und fühlt sich wohl. Einen Abend lang feiert der 59-Jährige in der Noris. Und das natürlich auf Fränkisch. Man muss immer die Mundwinkel ein wenig runter tun und dann kriegt man das so ein bisschen hin. Aber ein richtiger Franke wird natürlich merken, dass ich doch kein richtiger Franke bin. Es gibt so einige, zum Beispiel dieses L. L, L. Das kriege ich nicht so hin. Ungewohnte Töne schlägt er dann auch im Verlauf des weiteren Abends an. Das Allround-Talent Tramitz als verkappter Literat. Herrschaft Eberhofer, die Anordnung, die kommt ja von ganz oben kapiert. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann haben die doch seinerzeit diesen Posten hier bei uns im Rathaus eigentlich nur für sie erfunden. Zugegeben, das Buch hat Tramitz nicht selbst geschrieben. Dafür aber der Geschichte seine Stimme gegeben. Als ausgebildeter Synchronsprecher hat er jetzt die Welt der Hörbücher für sich entdeckt. Ein steiniger Weg. Vorlesen müssen ist grausam, weil der Tonmeister hört jeden Versprecher, jeden Spratzler. Die Regisseurin sagt dann, ja, nee, mach nicht alles gleich. Aber letztendlich irgendwann, wenn man es hinter sich hat, denkt man sich, es war doch ganz gut. Das findet auch das Publikum und bedankt sich für einen mal ganz anderen Tramitz. Der Comedy will er aber deswegen nicht abschwören. Und wer weiß, vielleicht gibt es seinen nächsten Sketch ja auf Fränkisch. Die Wartezeit hat ein Ende. Nach fünf Jahren Sanierungsarbeiten hat das Deutsche Theater in München am Freitag seinen Einzug ins alte Stammhaus gefeiert. Die Sanierungs- und Umbauarbeiten waren geprägt von Pleiten, Pech und Pannen. Und das Haus wurde deutlich später fertig als geplant. Doch nun ist es soweit und wir waren für Sie bei der Eröffnungsfeier dabei. Vorhang auf. Bei der feierlichen Wiedereröffnung des Deutschen Theaters hat sich so manch ein bekanntes Gesicht gezeigt. Der Andrang am roten Teppich war groß. Den Geschäftsführern Carmen Bayer und Werner Stehr sah man die Freude an, endlich ihr Theater wieder zu haben. Und wie kommen die neuen Räumlichkeiten bei den Gästen so an? Ich finde ja, dass heutzutage Farben sehr wichtig sind. Und ich freue mich jetzt schon, weil ich, so viel ich weiß, ist das Theater ein bisschen in Rot gehalten. Und ich habe heute extra rote Lackschuhe angezogen. Und na, Spaß beiseite. Ich freue mich drauf. Großzügig, sehr schön, elegant. Wieder wie am Brotweil. Also ich würde mal sagen, der Umbau hier unten im Foyer hat sich schon mal auf alle Fälle rentiert. Und ich gehe davon aus, von den Bildern, die ich auch im Internet gesehen habe, dass das Theater sicherlich ja mindestens genauso toll geworden ist. Die Eingangshalle, das Foyer, sehr schön geworden, sehr modern, sehr flott, großzügiger wie vorher. Ist der erste Eindruck, ne? Schönes Licht, ja. Pink finde ich gut. Großer Licht ist immer gut. Ich habe es nicht nur bereits besichtigt, sondern auch schon ausprobiert. Und zwar als Akteur auf der Bühne. Der Blick in diesen Zuschauerraum und die Technik, die man auf der Bühne zur Verfügung hat, ist einfach fantastisch. Ich bin sehr angenehm überrascht. Also ein gutes Styling. Die Arbeit, die jahrelange Arbeit an dem Haus hat sich erst mal hier draußen gelohnt. Also jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wie es innen drin ausschaut. Innen feierten die Gäste der Eröffnungsgala den Wiedereinzug in die Schwanthaler Straße zu den Klängen der Münchner Philharmoniker. Lange hat es gedauert. Ganze fünf Jahre wurde das 120 Jahre alte Haus ummodelliert und modernisiert. Nun können hier wieder Klassiker wie Grease oder Thriller aufgeführt werden. Das ist einfach ein Theater, das hat Varieté, das hat Opern, das hat Operetten und hat Bälle, das ist Musik, das ist einfach alles da, was es gibt. Ja, wissen Sie, ich habe natürlich eine ganz spezielle Beziehung, gerade zum deutschen Theater als Aufsichtsratsvorsitzender, weil ich auch manchmal auf der Bühne stehe. Und der schönste Moment ist, wenn das wunderbar gelaufen ist und mich entspannt zurücklehnen kann. Ich weiß noch, ich hatte hier noch meinen Abschlussball und sowas alles Mögliche noch bei der Semmer. Dann habe ich hier Fasching gefeiert, dann habe ich die wunderbare Evita-Aufführung gesehen und viele, viele andere Aufführungen hier. Es ist ein zentrales Theater und es ist für Menschen, die in München gerne leben und hier sich vergnügen wollen. Mit dem Broadway-Klassiker West Side Story startet das Deutsche Theater in die erste Saison nach der Wiedereröffnung. Ein gelangweilter Bankangestellter und ein Kleinganove. Dieses ungleiche Paar wird gespielt von Axel Stein und Moritz Bleibtreu in der Komödie Nicht mein Tag. Der Film ist gerade in den deutschen Kinos angelaufen und zur Premiere im unterfränkischen Dettelbach, da kamen unter anderem die Schauspieler Axel Stein und Nele Kieper zusammen mit ihrem Regisseur Peter Thorwart. Großer Andrang im Cineworld in Dettelbach. Zahlreiche Fans sind gekommen, um sich Autogramme zu holen und Fotos zu machen. Die Schauspieler Axel Stein und Nele Kieper sowie Regisseur Peter Thorwart nehmen sich Zeit für die Kinobesucher. Die drei sind gekommen, um kräftig Werbung für ihren neuen Film zu machen. Nicht mein Tag heißt die Komödie nach dem Roman von Stromberg-Autor Ralf Russmann. Eigentlich ist in Till Reiners Leben alles in Ordnung. Bis jetzt. Hast du ein Auto? Lass dich in Ruhe. Was hast du kleiner Witzler zu mir gesagt? Ich hab ein Auto. Habt ihr hinter Ausgang? Ja. Wo? Hinten. Ein gelangweilter Bankangestellter trifft auf brolligen Kleinganove und entdeckt dabei, dass mehr in ihm steckt, als er ahnen konnte. Der biedere Spießer Till Reiners, gespielt von Komödienprofi Axel Stein, erweist sich sogar als hilfreicher Partner für Ganofe Nappo, alias Moritz Bleibtreu. Du hast gesagt 15. Das war netto, Junge. Der Vertrag ist gar nicht gültig. Was hat denn der Zivilist dazu kamen? Also ein Händler sollte im Vergleich zu einem Privatverkäufer eine Mindestgewährleistung von einem Jahr garantieren und die steht gar nicht drin. Insofern ist der Vertrag gar nicht gültig, juristisch gesehen. Mando! Nichts meint Tag ist eine rasante Komödie, die jede Menge Lacher bietet und dazu zwei Hauptdarsteller in Bestform. Wie viel Spaß am Set geherrscht haben muss, zeigt sich auch in den Interviews mit den Stargästen im Cineworld. Ich bin auch ein kleiner Spießer. Also ich führe eine sehr lange, dicke Raupe. Eine kleine, dicke, behaarte Raupe, die nur sehr langsam vorwärts kommt. Und ich bin sehr, sehr solide und bin sehr, sehr langweilig privat. Leider. Für Regisseur Peter Torwart, der seinen Durchbruch mit der Kultkomödie Bang, bumm, bang feiern konnte, war es das erste Mal, dass er auf eine fremde Stoffgrundlage zurückgreift. Und das hat durchaus Vorteile. Man musste sich keine Gedanken mehr machen. Das war einfach schön. Dann lag der Stoff da, nur noch ein Drehbuch drausschreiben. Das ist immer gut, wenn man sich nicht im Kopf anstrengen muss. Eine gelungene Premiere in Dettelbach. Nur einer hat leider gefehlt. Hauptdarsteller Moritz Bleibtreu. Den Applaus für seine Leistung bekommt der Schauspieler aber trotzdem. Per Videobotschaft. Moritz, du kannst nicht hier sein. Das ist dein Applaus. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Und danach geht es unter anderem weiter mit den Plagiatsvorwürfen gegen den neuen CSU-Generalsekretärin. Bis gleich. Bleiben Sie dran. Der Zirkus, den die ganze Welt kennt. Zirkus, Zirkus, Krone. Fichte Zeit ist Krone-Zeit. Meine Stadt, mein Zirkus, Krone. Endlich wieder in München. Jetzt mit dem ersten Winterprogramm. Tickets und Infos unter www.zirkus-krone.de und 089-545-8000. Ich vertraue auf die Heilkraft der Natur. Deshalb nehme ich Rosa Xan. Rosa Xan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosa Xan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de Rosa Xan. Damit Bewegung wieder Freude macht. Eine Zahnbehandlung kann teuer werden. Sparen Sie bis zu 70% durch eine Behandlung Ihrer Zähne in Ungarn. Zum Beispiel bis zu 14.000 Euro bei einer Totalbrücke. Mit Denta Günstig fliegen Sie für 199 Euro zur Voruntersuchung für zwei Tage nach Budapest. Inklusive Röntgenbild und Hotelübernachtung. Nutzen Sie das Denta Günstig Kennenlernangebot. Zwei Tage Budapest für 199 Euro. Infos auf www.dentagünstig.de Oder Sie rufen jetzt an unter 0800 23 00002. Und so geht's jetzt weiter bei TV Bayern Live. Rettung geschafft. Warum beim Fernsehersteller Löwe jetzt aber doch noch viele Mitarbeiter zittern müssen. Schleusern auf der Spur. Wir begleiten die Bundespolizei beim Sichern der Grenzen. Und Entschärfung in Nürnberg. Warum in der Noris so viele Fliegerbomben gefunden werden. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Fahndungserfolg der Bundespolizei. Am Sonntagabend konnten Beamte bei der Kontrolle eines Transporters auf der A3 bei Passau eine Schleusung vereiteln. Der Fahrer, ein gebürtiger Iraner, hatte zwei Landsmänner an Bord und war auf dem Weg ins niedersächsische Oldenburg. Diese und ähnliche Meldungen erreichen uns immer wieder. Die Beamten der Bundespolizei sichern im Schichtbetrieb die Grenzen zu Österreich und der Tschechischen Republik. Hintergründe. 10.000 Quadratkilometer Einsatzbereich entlang der Grenzen zu Tschechien und Österreich. Hierfür sind rund 300 Beamte der Bundespolizeiinspektion Freyung zuständig. Ihr Ziel? Sicherheit im Grenzraum gewährleisten. Unser absoluter Schwerpunkt im grenzpolizeilichen Bereich ist einfach mal die Grenze nach Österreich. Dort sind die Hauptmigrationsrouten, da befindet sich die berühmte Balkanroute. 2012 gab es 50 Schleusungsfälle, im Jahr darauf 100. 2012 konnten 120 Schleuser festgenommen werden, ein Jahr später 350. Die Zahl der unerlaubt eingereisten Personen stieg von 830 auf 1450. Die Bundespolizei Freyung verzeichnete 2012 insgesamt 3200 Straftaten, im Folgejahr 4700. Was die tschechische Grenze betrifft, spricht Thomas Lang von einem Rückgang der Schleusungen. Die Veränderungen, die festgestellt wurden, sind auch die, die im Konzept vom Bayerischen Innenministerium mit drinstehen. Das bedeutet also, dass nach der Grenzöffnung der Tschechischen Republik natürlich ein gewisses Unsicherheitsgefühl bei den Bürgern vorhanden ist. Es sind Wohnungseinbrüche möglicherweise ein bisschen mehr geworden. Es sind Kfz-Diebstähle etwas mehr geworden. Was jetzt unseren originären Zuständigkeitsbereich betrifft, das bedeutet die unerlaubte Einreise, die Schleusung, alles das hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Im Gegenteil, es ist sogar ein bisschen zurückgegangen. Ob die Beamten in Uniform oder zivil unterwegs sind, das hängt vom jeweiligen Einsatz ab. Wenn wir Präsenz zeigen wollen, schwerpunktmäßig im baumpolizeilichen Bereich, da zeigt man Uniform, da geht man natürlich auch mit uniformierten Beamten rein. Im Bereich der Binnengrenzverhandlung, das wir an der Grenze durchführen, gehen wir in der Regel mit einem anderen Konzept vor. Das bedeutet, dass die Leute ja nicht sofort vor der Kontrollsituation als Polizeibeamte erkannt werden sollen. Schwerpunkt und Ziel für das Jahr 2014, Schleusungen an der österreichischen Grenze reduzieren. Seit Ende Dezember schon haben viele auf diese Nachricht gewartet. Jetzt schlägt sie ein wie eine Bombe. Der Kronacher Fernsehersteller Löwe ist gerettet. Dank einer Investorengruppe, die große Teile des Unternehmens übernimmt. Damit bleibt die Traditionsmarke in deutscher Hand. Doch wo Licht ist, da ist bekanntlich auch Schatten. Und so ist von weiterem Stellenabbau die Rede. Entsprechend angespannt bleibt die Situation trotz der insgesamt guten Nachricht. Freitagmittag, kurz nach 12 Uhr. Auf dem Löwe-Gelände in Kronach herrscht reger Betrieb. Die Angestellten kommen gerade aus der Betriebsversammlung, einer der wichtigsten der vergangenen Wochen. Denn die Geschäftsleitung hat über die aktuelle Situation informiert. Und die ist zunächst erst einmal mehr als erfreulich. Wir haben bei Löwe eine sehr gut verlaufende Betriebsversammlung hinter uns. Die Mitarbeiter haben das neue Konzept sehr gut aufgenommen. Wir haben einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung des Unternehmens erreicht. Und ich beziehe um Verständnis auf Wunsch des Investors können wir erst am Montag vertieft Vorstand und Investor gemeinsam die Öffentlichkeit über weitere Details informieren. Etwas mehr wissen wir schon. Zum Beispiel, dass die Unternehmenszentrale nach München verlagert werden soll. Entwicklungszentren in Hannover und in Kronach angesiedelt sein sollen. Und die Zusammenarbeit mit dem asiatischen Technologiepartner Hisense vertieft werden soll. Was allerdings nicht heißt, so betonte auch Reitl, dass die Produktion nach Asien geht. Viel mehr will man weiter am Standort Kronach produzieren. So zumindest der Stand bis jetzt. Über den Kaufpreis der Unternehmensteile wurde Stillschweigen vereinbart. Hierzu hat sich auch heute niemand geäußert. Wohl aber über die Tatsache, dass mit der Neuausrichtung von Löwe ein weiterer Stellenabbau einhergeht. Von den 550 derzeit Angestellten soll rund ein Viertel abgebaut werden. Der bittere Beigeschmack der ansonsten guten Nachrichten für die Angestellten. Der Betriebsübergang ist für den 31. Januar geplant. Löwe wird dann künftig mit dem Namen Löwe GmbH firmieren. Damit ist auch das Aus für die AG besiegelt. Die soll nun kurzfristig von der Börse genommen und abgewickelt werden. Nicht ganz so hoffnungsvoll ist die Situation derzeit in Augsburg. Dem Weltbild Verlag droht nach wie vor die Insolvenz. Auch wenn der vorläufige Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz alles daran setzt, Investoren zu finden. Das und mehr jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. Insolvenz. Mit der Frage, wie es nun mit dem Weltbild Verlag weitergehen soll, hat sich am Donnerstagabend ein runder Tisch beschäftigt, der von der Stadt Augsburg initiiert wurde. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz bekräftigte noch einmal, das Unternehmen als Ganzes erhalten zu wollen. Unterstützt wird er dabei sowohl von der Gewerkschaft als auch dem Betriebsrat und der Politik. Zu konkreten finanziellen Zusagen des Freistaates kam es jedoch nicht. Insgesamt sind bei Weltbild rund 6.300 Menschen beschäftigt. Tödlicher Unfall. Vor wenigen Tagen überfuhr ein 31-Jähriger in Rot eine schwangere junge Ärztin. Mit tödlichen Folgen. Am Unfallort konnte die Polizei einen Alkoholpegel von 1,6 Promille feststellen. Der Unfallfahrer musste seinen Führerschein abgeben, wurde anschließend aber entlassen. Jetzt fehlt jede Spur von dem Verdächtigen. Die Kriminalpolizei hat die Fahndung gegen den Flüchtigen eingeleitet. Entschärfung. Bei Bauarbeiten wurde in Nürnberg erneut eine Bombe gefunden. Für die Entschärfung der 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe mussten 8.400 Menschen evakuiert werden. Ein enormer Aufwand. Und die Stadt muss mit weiteren Blindgängern rechnen. Ganz Nürnberg gilt als Risikogebiet für Bombenfunde. Insgesamt dürften im Nürnberger Untergrund noch etwa 1.000 Bomben lauern. Oberbürgermeister Mahli befürchtet, dass erst ein komplettes Umgraben der Stadt sicherstellen würde, keine Bomben mehr zu finden. Schon wieder ist ein Politiker mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Dieses Mal geht es um den Doktortitel des neuen CSU-Generalsekretärs Andreas Scheuer. Was für Ministerpräsident Seehofer schon als erledigt abgetan wird, kocht aber jetzt erst so richtig hoch. Andreas Scheuer verzichtet ab sofort auf seinen Titel. Das werten viele schon als kleines Schuldeingeständnis. Am Telefon zugeschaltet ist jetzt der Politikwissenschaftler und ehemalige Chef der Akademie für politische Bildung in Turzing, Prof. Dr. Heinrich Oberreuther. Schönen guten Abend. Ja, grüß Sie. Theodor zu Guttenberg, Annette Schawan, der Vorsitzende des Bayerischen Kreistages Jakob Kreidel und jetzt Andreas Scheuer. Sagen Sie mal, Herr Prof. Oberreuther, täuscht es oder sind gerade die Politiker die Kopiermeister der Nation? Ja, nun sind die Fälle alle sehr unterschiedlich und sie hätten noch ein paar andere von anderen Parteien aufführen können. Bei Andreas Scheuer geht es ja primär eigentlich nicht um Plagiatsvorwürfe, sondern um die Frage, ob man diesen kleinen Doktortitel aus der Tschechei, aus Prag, ob man den hätte in Bayern so führen können und im Rest der Bundesrepublik, wie es getan worden ist und ob er den Ansprüchen entspricht. Die Plagiatsaffäre, die muss eigentlich im Augenblick erst noch gesehen und bewältigt werden. Er hat ja in Prag promoviert. Das heißt also kleines Doktorat. Was genau bedeutet das? Was ist ein kleiner Doktor? Naja, es gibt in Tschechien, in der Slowakei und auch in Ungarn einen kleinen Doktor, in Anführungszeichen, der in etwa unserem Magister oder dem Master entspricht. Also man muss bei dieser Arbeit keineswegs einen Beitrag zur Forschung leisten. Man muss auch die Erkenntnis der Wissenschaft nicht voranbringen, sondern man muss im Grunde nur beweisen, dass man mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und Gegenständen angemessen umgehen kann. Also ich sage mal, eine bessere, ausgebaute Hauptseminararbeit. Und der muss auch anders geführt werden, als er in diesem Falle geführt worden ist, nämlich hintendran. Und nicht vorne dran als Doktor Phil oder sowas ähnliches oder wie man das auch immer bezeichnen will bei uns. Das ist eigentlich im Wesentlichen der Unterschied. Also es handelt sich nicht um einen gleichwertigen Doktor und er muss halt rechtskonform geführt werden. Und man hat in Bayern und in Berlin für eine gewisse Zeit die Augen zugedrückt und gesagt, ihr könnt ihn so führen, als ob ihr ihn in Deutschland erworben hättet. Hat aber ab 2007 mit dieser Praxis Schluss gemacht. Sie kennen ja Andreas Scheuer, Sie haben ihn sogar mal für ein Staatsexamen geprüft, mündlich. Warum hat er Ihrer Meinung nach nicht einfach in Deutschland promoviert? Ja, weil er diesen kleinen Doktor machen wollte, der der bequemere Weg war, um zu einem Titel zu gelangen. Und weil er vielleicht auch gedacht hat, dass in Deutschland kein Mensch sich in diesen Feinheiten der unterschiedlichen Promotionsordnungen und Promotionsgewohnheiten auskennt und dass dies seine Prestige halt nützt. Und die Rechtsregel ist ihm ja auch eine Weile entgegengekommen. Auf alle Fälle hätte er, wenn er bei uns in Deutschland promoviert hätte, zwei bis drei Jahre an der Arbeit sitzen müssen. Das war in Tschechien keineswegs der Fall und er hatte auch andere Interessen. Also seine Interessen waren ja nicht in der Wissenschaft, sondern waren in der Politik. Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach, einen Doktortitel zu haben für die politische Karriere? Also ich wundere mich. Meine Meinung war, der Doktortitel hat eigentlich in der Öffentlichkeit ein bisschen an Prestige verloren. Beim Gespräch mit Journalisten in dieser Affäre höre ich, dass die Headhunter, die für große Unternehmen Führungskräfte suchen, nach wie vor berichten, der Doktortitel sei wesentlich für die Karriere. Und offenbar scheint das auch von Politikern so gesehen zu werden. Obwohl eine ganz wichtige Erkenntnis eigentlich ist, die Sphäre des Wissenschaftlichen und die Sphäre des Politischen sind sehr unterschiedlich und man braucht ganz unterschiedliche Qualifikationen, um in beiden Bereichen erfolgreich zu sein. Also es ist sozusagen ein Versuch, Prestige in der Öffentlichkeit für sich zu gewinnen und damit die politische Karriere voranzubringen. Scheint immer noch zu verfangen, sonst würden die Leute das nicht machen. Und denken Sie, dass er in Deutschland den Doktor bekommen hätte? Also Sie kannten ihn ja so ein bisschen von der mündlichen Prüfung? Ja, also ich meine, ich sage natürlich nichts über Prüfungen und ihre Qualitäten und ihre Inhalte. Wenn er in Deutschland einen Doktor hätte bekommen wollen, dann hätte er sich ganz anders anstrengen müssen. Und er hätte auch Vorleistungen erbringen müssen, die in Tschechien halt nicht erforderlich gewesen sind. Insofern ist diese Frage sehr hypothetisch. Scheuer soll angeblich abgeschrieben haben, um nochmal ganz kurz auf die Plagiatsvorwürfe zurückzukommen. Und zwar bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung. Bei so einer Institution, da schreibt man doch eigentlich nicht ab, oder? Das ist doch viel zu offensichtlich. Naja, also ich habe Schwierigkeiten mit dem Plagiatsbegriff. In diesem Fall sind zwei Wandseitungen, eine von der Bayerischen und eine von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das sind für eine wissenschaftliche Arbeit keine Quellen, die man überhaupt heranzieht. Weil dies natürlich, also verzeihen Sie, Botschaften für das biedere Volk ist, sind das im Vorübergehen mal sich politisch schnell informiert. Die Inhalte, um die es da geht, sind auch bar von jeglicher intellektuellen Originalität. Ich denke, auch ohne diese Quelle hätte Andrea Scheuer schreiben können, dass Franz Josef Strauß ein wichtiger, erfolgreicher, kompetenter und kluger Politiker gewesen ist, der trotz seiner Affären tiefe Spuren in der politischen Gestaltungslandschaft hinterlassen hat. Also dieser Quellen hätte es nicht bedurft, um in dieser Arbeit in irgendeiner Form etwas Intellektuelles nachzuweisen. Und insofern habe ich auch in dem Kontext mit dem Plagiatsvorwurf, der sich ja auf Wesentliches und auf Erkenntnisse beziehen muss, erhebliche Schwierigkeiten. Ich glaube, wenn da nichts anderes gefunden wird, dann läuft sich dieser Vorwurf tot. Also auf jeden Fall sagen diese Aussagen, Ihre Aussagen schon einiges aus. Herr Professor Dr. Oberreuther, vielen Dank für das Gespräch und für die Information. Bitte schön. Also ich persönlich glaube ja, dass wir noch ein ganz böses Erwachen erleben werden, was den Winter angeht. Schnee zuhauf war ja bislang Fehlanzeige, aber vielleicht geht es ja jetzt richtig los. Hier ist Kai Zorn mit den Aussichten. Der bisher Rekord milde Januar geht ganz, ganz langsam zu Ende. Die Temperaturen werden in dieser Woche zurückgehen, erreichen aber noch nicht winterliches Niveau. Winterliches Wetter deutet sich zumindest vorübergehend mal Richtung kommendes Wochenende an, wo ein Tief mit Polarluft durchzieht und dann zumindest mal in den Bergen ergiebige Schneefälle bringt. Jetzt ändert sich an der Wetterlage noch wenig. Wir haben es weiterhin mit viel Nebel und Hochnebel in der Nacht zu tun oder vorhandene Nebelfelder verdichten sich. Es breitet sich wieder neu aus. Die Tiefstwerte liegen im Schnitt so zwischen plus zwei und minus zwei Grad. Ganz vereinzelt kann es auch Reifglätte geben oder örtlich fällt ein bisschen Nieselregen. In Franken erwartet uns am Montag tristes Wetter. Im Laufe des Tages setzt dann von Hessen und Württemberg her leichter Regen ein, der später das östliche Mittelfranken und auch das Vogtland erreicht. Die Temperaturen liegen so bei maximal drei bis fünf Grad. Im Osten, ach wir haben ja erst noch den Wind, der ist ganz, ganz, ganz schwach, den spüren wir kaum. Jetzt kommen wir zum Osten und zwar in die Oberpfalz und nach Niederbein. Hier ist es auch nach einer trüben Nacht weiter trüb, also in der Nacht trüb durch Nebel und Hochnebel, tagsüber dann durch dichte Wolken und im Laufe des Tages setzt dann vor allen Dingen in der nördlichen Oberpfalz, in der Steinpfalz leichter Regen ein. Die Temperaturen erreichen im Schnitt um die fünf Grad, in einigen nebeligen Niederungen werden es nur zwei, drei Grad sein, so wie Richtung Rottal beispielsweise. Der Wind ist auch hier sehr, sehr schwach, den spüren wir kaum. Erst am Nachmittag lebt er aus westlichen Richtungen ein bisschen auf. Im Süden in Schwaben-Algäu und in Oberbern gibt es letzte Wolkenlücken, und zwar rund um den Chiemgau bis etwa ins Tegernseertal haben wir anfangs noch ein paar föhnige Wolkenlücken, die schließen sich dann und dann setzt von der Alb und von Vorarlberg her Regen ein. Später kann es dann rund um Oberstdorf auch schon die ersten Schneeflocken geben und es ist gefühlt nasskalt. Gefühlt nasskalt geht es dann auch durch den Wind weiter, die Temperaturen fühlen sich wie um die Nullgrad an und auch die nächsten Tage bleiben ungemütlich mit ein paar Regen und Schneefällen. Der Zirkus, den die ganze Welt kennt. Zirkus Krone. Bitte Zeit ist Krone Zeit. Meine Stadt, mein Zirkus. Krone endlich wieder in München, jetzt mit dem ersten Winterprogramm. Tickets und Infos unter www.zirkus-krone.de und 089-545-8000. Ich vertraue auf die Heilkraft der Natur, deshalb nehme ich Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Eine Zahnbehandlung kann teuer werden. Sparen Sie bis zu 70% durch eine Behandlung Ihrer Zähne in Ungarn. Zum Beispiel bis zu 14.000 Euro bei einer Totalbrücke. Mit Denta günstig fliegen Sie für 199 Euro zur Vorentersuchung für zwei Tage nach Budapest. Inklusive Röntgenbild- und Hotelübernachtung. Nutzen Sie das Denta günstig-Kennlernangebot. Zwei Tage Budapest für 199 Euro. Infos auf www.dentagünstig.de Oder Sie rufen jetzt an unter 0800 23 00002. Willkommen zurück bei TV Bayern live. Haben Sie schon mal was vom niederbayerischen Las Vegas gehört? Die Rede ist von der Stadt Mainburg. Für Freunde des Glücksspiels ist die Hopfenmetropole schon seit Jahren ein Paradies. Wenn es nach Bürgermeister und Stadtrat geht, soll damit aber bald Schluss sein. Die Stadt Mainburg ist ja bekannt als die Hopfenstadt Bayerns. Aber nicht nur der Hopfen wächst hier ganz gut, sondern auch die Glücksspielautomaten sind in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden gewachsen. Auf 88 Einwohner kommt hier in Mainburg ein Glücksspielautomat. Der Stadt Mainburg ist es jetzt zu viel und deswegen hat man den Spielhallenbetreibern jetzt den Kampf angesagt. 2005 gab es in Mainburg nur ein Spielcasino. In den letzten acht Jahren sind laut Ordnungsamt Mainburg geschlagene 14 Spielhallen dazugekommen. Das Ergebnis? Die Spielautomatendichte ist hier viermal so hoch wie der bayerische Durchschnitt. Aber warum gibt es gerade in Mainburg so viele Spielhallen? Wir fragen beim Bürgermeister von Mainburg nach. Ein Grund sei wohl die zentrale Lage Mainburgs. Wer anonym bleiben will, fahre hierher in die niederbayerische Kleinstadt. Das andere sage ich jetzt mit Anführungsstrichen. Mainburg hat natürlich einen sehr hohen Migrationshintergrund. Und auch unsere ausländischen Mitbürger mit türkischen Wurzeln spielen gern. Die Stadt Mainburg habe in den letzten Jahren hilflos zusehen müssen, wie eine Spielhalle nach der anderen eröffnet wurde. Es fehlte die rechtliche Handhabe. Der Gesetzgeber ist gefordert. Er hat bereits gehandelt. Bloß gibt es natürlich auch Bestandsschutz. Ich meine auch diese Spielcasinobetreiber haben investiert. Kann man nicht von heute auf morgen dann das zusperren. Das geht auch nicht. Man braucht eine Rechtssicherheit. Aber es kann nicht sein, dass wir vierfach mehr haben als der bayerische Durchschnitt. Seit 2006 müssen Spielhallen mindestens 250 Meter voneinander entfernt sein. Mit diesem Gesetz konnte erst vor kurzem eine neue Spielhalle verhindert werden. Gerhard Lang von der ÖDP reicht das nicht. Der Stadtrat will in Zukunft mit einem sogenannten Vergnügungsstättenkonzept weiteren Spielhallen den Riegel vorschieben. Dann hat die Stadt Mainburg die Möglichkeit zu bestimmen, wo kommt ein Spielcasino hin und wie viel werden es sein. Betroffen sind natürlich nicht diese Spielcasinos, die bereits Bestand haben. Josef Reiser will den Spielhallen die finanzielle Grundlage entziehen. Ein Mittel ist die neue Sperrzeitverordnung der Stadt Mainburg. Seit 1. Januar müssen die Spielhallen von 3 Uhr nachts bis 9 Uhr morgens geschlossen sein. Auch Alfons Ziegler ist davon betroffen. Der Besitzer von zwei Spielotheken in Mainburg glaubt, dass keine weitere Maßnahme mehr nötig ist, weil die eine oder andere Spielhalle langsam von selbst schließt. Es ist ein Casino definitiv zu, nachdem das drei mehr den Betreiber gewechselt hat. Und ein Casino hat auch weniger Automaten im Betrieb als sie dürften. Und das spricht eigentlich dafür, dass der Markt gesättigt ist und ich glaube, dass sich der selber reguliert. Aktuell soll eine weitere Spielhalle geschlossen haben. Könnte also Mainburg schon bald seinen Ruf als Klein Las Vegas verlieren? Die Stadtväter würde es sicherlich freuen. Die Motorsäge, liebe Zuschauer, ist nichts für Weicheier. Sie kommt vor allem in der Forstwirtschaft zum Einsatz und wird immer noch hauptsächlich von Männern bedient. Doch auch Frauen lassen sich immer weniger von diesem martialischen Arbeitsgerät einschüchtern. Wir selbst konnten uns davon überzeugen, im Coburger Forst bei einem Motorsägenkurs für Frauen. Motorsägen sind nur was für Kerle? Von wegen. Auch wenn aller Anfang manchmal schwer ist. Nach den ersten Anlaufschwierigkeiten kann es dann losgehen. Den theoretischen Teil haben die Ladies bereits hinter sich gebracht. Jetzt geht es im Wald zur Sache. Mit Gefühlen ein bisschen ausschneiden. Sonst kommt man nicht jedes Mal in den Dreck rein und dann ist jedes Mal die Kette gleich stumm. Jede Menge Gefühl, das haben die künftigen Holzfällerinnen. Da kann sich so mancher Mann eine Scheibe davon abschneiden. Der Experte staunt. Die war natürlich hauchdünn. Super. Kaum zu glauben, dass die Mädels Anfängerinnen sind. Was macht denn da besonders Spaß? Ja, doch dieses Scheibenschneiden oder so, weil man ja doch als Frau, als Dekozwecke jetzt viel machen kann. Oder auch das Baum fällen, also wie das funktioniert, wie man es richtig machen muss. Also einfach die Übung, dieses Gefühl dafür zu bekommen, macht Spaß. Jetzt ist es wichtig, dass man die Grundlaken kann und Spaß. Es ist halt freie Natur. Man ist halt an der Luft und bewegt sich. Und ja, man kann dann im Winter warme Stube haben, weil man selbst das Holz macht. Und das schürt man vielleicht auch anders. Holzscheiben schneiden, entasten und dann die Königsdisziplin, das Baum fällen. Alles kein Problem für die Mädels. Da ist auch der Ausbilder voll des Lobes. Die Mädels sind sehr motiviert, muss man sagen. Das Gute ist, die haben überhaupt noch keine Kenntnisse gehabt mit der Motorsäge. Alles ganz frische, blutige Neulinge. Und da kann man halt von Grund auf beginnen mit den ersten Arbeitsschritten. Einfach bloß Scheiben schneiden, Scheiben schneiden, um ein Gefühl für die Motorsäge zu bekommen. Um das Vertrautheit mit dem Gerät herzustellen. Und das machen sie wirklich sehr gut. Und oft bei den Männern, wo es zu den Kursen sind, haben sie oft schon Routinefehler eingeschlichen. Die Motorsägenkurse organisiert die Forstverwaltung gemeinsam mit der Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. Für Waldbesitzer sind die Kurse kostenlos. Wir machen zwischen sieben bis zehn Kurse im Jahr, überwiegend im Winter. Es sind immer 16 Teilnehmer und pro Ausbilder sind es zwischen sieben und acht Leute nur. Und wir haben halt heute einen Damenkurs gewählt, weil viele Damen gerne die Motorsäge in die Hand nehmen wollen, aber ein bisschen Angst haben, sich irgendwo bei den Männern zu blamieren. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen einen Damenkurs. Und der wird auch sehr gut angenommen. Bis sich die Mädels an so einen Baum wagen, werden sie wohl noch etwas üben müssen. Aber mit der Motorsäge können sie schon jetzt richtig gut umgehen. Achtung, Baum fällt! Und nach der Forstwirtschaft geht es jetzt weiter mit der richtigen Wirtschaft. Hier geht es erst mal weiter mit dem Wirtschaftsradar Bayern. Das Thema heute. Jahresauftakt mit Benefizkonzert. Bayern präsentiert sich in Berlin. Das traditionelle bayerische Neujahrskonzert in Berlin sorgt wieder einmal für einen ganz besonderen musikalischen Genuss am Gendarmenmarkt. Denn zu Gast im Konzerthaus ist diesmal das Bayerische Staatsorchester unter der Leitung von Keryl Petrenko. Der neue Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper präsentiert mit rund 150 Musikern die dritte Symphonie von Gustav Mahler. Eine der großen Symphonien. Natürlich für uns besonders reizvoll mit Solistin, mit Chor, mit Kinderchor, was ganz wichtig ist in der Bayerischen Staatsoper. Es war ein extremer Genuss. Er war auch sehr bayerisch. Hohe Qualität. Weltweit an der Spitze. Tiefe Emotionen, was die künstlerischen Fähigkeiten betrifft. Ein glanzvoller Auftritt, wie es sich für Bayern gehört. Darin sind sich die rund 1000 Konzernbesucher einig. Gastgeber der Veranstaltung ist die Bayerische Staatsregierung, die sich gemeinsam mit Vertretern der Bayerischen Wirtschaft als guter Botschafter des Freistaats präsentiert. Der Erlös des Neujahrskonzerts dient einem guten Zweck. Der Erlös kommt dem Straßenkinder e.V. in Berlin hier zugute. Das ist ein Verband, der sich um Straßenkinder kümmert. Und mir ist das so wichtig und ich freue mich so darüber, dass das heute die Benefizaktion zugunsten dieses Vereins ist, weil man immer so leicht daher sagt, Kinder sind unsere Zukunft. Und da muss einem aber klar werden, damit sind bitte nicht nur die Kinder gemeint, die das Glück haben, in geborgenen, guten Verhältnissen aufzuwachsen. Neben dem Konzert am Gendarmenmarkt bietet auch ein geselliges Treffen zwischen Unternehmern aus Bayern und Gästen aus Berlin Gelegenheit, gemeinsam auf das neue Jahr zu blicken und anzustoßen. Dieser Empfang hat sich in den letzten Jahren eine wichtige Position erarbeitet. Er ist etabliert und das ist eine Gelegenheit, einfach gerade am Anfang des Jahres mal wieder bekannte Gesichter zu treffen, gutes neues Jahr zu wünschen und gemeinsam ins neue Jahr zu starten. Ein großes Gesprächsthema ist hier auch die Politik. Denn 2013 stand ja im Zeichen des Wandels. In Deutschland regiert jetzt die Große Koalition und in Bayern nur noch eine Partei. Wir hoffen uns von der neuen Bundesregierung, dass es eigentlich so die Ansatzpunkte, die die vorher gemacht haben, weitergeführt werden, dass man das Auge weiterhin auf den Mittelstand hält. Der Mittelstand ist für uns nach wie vor wichtig. Selbstverständlich brauchen wir auch die Großindustrie, ist auch wichtig. Aber hier muss eine gute Ausgewogenheit stattfinden. Also ich habe ja jetzt die Chance, dadurch, dass erstmals wieder seit längerer Zeit die Leitung der Bayerischen Staatskanzlei und die Staatsministerin für Bundesangelegenheiten in einer Hand liegen, durchaus noch mal stärker zu koordinieren, wie wir bayerische Interessen im Bund kraftvoll vertreten. Nicht nur im Bundesrat, auch in der politischen Diskussion. Das Neujahrsfest in Berlin klingt nur wenige Straßen weiter in der Bayerischen Vertretung aus. Von hier aus soll auch 2014 wieder die Stimme des Freistaats laut in der Bundeshauptstadt zu hören sein. An diesem Abend jedoch stehen viele noch unter dem Eindruck des Konzertes. Bis tief in die Nacht wird daher auch noch über Kunst gesprochen. Vor allem über den Auftritt des Bayerischen Staatsorchesters und seines temperamentvollen Generalmusikdirektors. Glücksrat, Kultmoderator und Schauspieler Peter Bond hat ein Buch geschrieben. Nicht schon wieder so eine abgedroschene Promi-Biografie, werden Sie sich jetzt denken, aber falsch gedacht. Peter Bonds Erstlingswerk ist ein 400-seitiger Liebesroman namens Miller. Am Mittwoch hat er in Burghausen aus seinem Buch vorgelesen, in dem es mitunter auch heiß zur Sache geht. Ihre Hand wanderte über seine festen Hinterbacken und die Innenseite seiner geöffneten Schenkel. Nikolai stöhnte vor Erregung und zog sie zu sich hoch. Sie lagen eng umschlungen und küssten sich leidenschaftlich. Miller, so nennt sich der Erstlingsroman von Peter Bond. Peter Bond ist vielen noch bekannt vom Sat.1-Glücksrat oder auch vor fünf Jahren hat er im Dschungelcamp mitgemacht. Was viele nicht wissen, in den 70er Jahren war er auch Darsteller in Filmen für Erwachsene. Ob die ihn inspiriert haben, Miller zu schreiben, denn in diesem Buch geht es auch ein bisschen heiß her. Oder was ihn dazu bewogen hat, das erzählt er heute hier in Burghausen. Im Dunkeln lässt es sich ja bekanntlich gut munkeln. Ein stimmungsvolles Kellergewölbe und überwiegend weibliche Zuhörer. Also mehr als passend für die Vorstellung von Peter Bonds Liebesroman Miller, in dem es um das Erwachsenwerden und das Leben einer jungen, kultivierten und emanzipierten Frau Anfang des 20. Jahrhunderts geht. Eine, sagen wir mal, bekannte deutsche Boulevardzeitung hat geschrieben, alle 19 Seiten ein Orgasmus. Ist Ihr Buch wirklich so verrucht? Ja, das haben die geschrieben. Da bin ich auch sehr dankbar. Zweifellos, denn die Bild wird ja von fünf Millionen Menschen gelesen am Tag. Es ist allerdings kein Erotikroman, wie es da dargestellt worden ist, sondern es ist ein Gesellschaftsroman mit einer eingebundenen Liebeshandlung. Und ich habe mir dann die Freizügigkeit erlaubt, als Autor bestimmte Bettszenen auszuschreiben. Das heißt, nicht nur anzudeuten mit Punkt, 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 sondern die Dinge auch beim Namen zu nennen, weil ich finde, dass Sex heutzutage kein Tabu sein darf. Sie haben ja doch auch in den 70er Jahren, sagen wir mal, etwas andere Filme gedreht. Haben die sich vielleicht auch ein bisschen inspiriert, nicht jetzt besondere Szenen zu schreiben, sondern eben auch ein bisschen offener mit so einem Thema umzugehen? Also dass man wirklich auch sagt, wir können sowas aufschreiben, wir können sowas einfach auch ein bisschen ausführlicher aufschreiben? Also ich hatte immer ein ganz gesundes Verhältnis zur Sexualität. Und das wünsche ich eigentlich jedem Menschen auf dieser Welt. Ich mag diese Heuchelei nicht so unter den Menschen. Auf der einen Seite machen sie alles im Heimlichen, auf der anderen Seite reden sie oder schreiben sie nicht drüber. Ich finde, das muss nicht sein, gerade in der heutigen Zeit, wo fast alles erlaubt ist, was legitim ist. Und dazu, finde ich, passt auch ein gesundes Sexualleben. Zu diesem Roman inspiriert hat ihn allerdings eine junge Russin namens Ludmilla, die er vor einiger Zeit in der Oper in München kennengelernt hat. Das Buch ist zwar rein fiktiv, allerdings hat Bond einige Karriereschritte und Szenen aus der Kindheit der geheimnisvollen Muse in seinen Roman einfließen lassen. Sie hat das fertige Buch auch als eine der ersten zu Gesicht bekommen. Milla hat das erste gelesen, eigentlich noch in der Rohfassung, also in der Korrektur gelesenen Fassung, bevor es ins Lektorat ging. Und ihr gefällt es sehr gut. Und bei den Stellen, als sie noch Kind war, sie hat mir so ein bisschen was aus ihrer Kindheit erzählt, das hat nicht eins zu eins übernommen, aber es ging schon in diese Richtung, da hat sie ein paar Mal geweint, hat sie mir erzählt. Ein richtiger Liebesroman ist es eben geworden, mit vielen Gefühlen, Sehnsüchten und auch etwas prickelnder Erotik. Auch an seinem zweiten Roman ist Peter Bond schon dran. Es geht zwar nicht erneut um Milla, doch seinem Genre will er treu bleiben. Und solange er am zweiten Buch arbeitet, möchte er noch bei weiteren, vorwiegend weiblichen Lesern, die Lust am Bondschen Liebesroman wecken. In der zweiten Jahreshälfte geht der Autor nämlich auf große Lesetour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Skiunfall von Michael Schumacher ist wohl allen noch in den Köpfen. Es ist ein besonders schweres Beispiel dafür, was beim Skisport passieren kann. Über die Risiken auf der Piste fand letztes Wochenende ein Aktionstag am Nebelhorn statt. Auch wenn es im Tal etwas zu grün für die Jahreszeit ist, auf den Gipfeln rund um Oberstdorf kann trotzdem Wintersport betrieben werden. Vor allem an den Wochenenden zieht es viele Wintersportler auf die Pisten. Andere nutzen aber auch gerne die ruhigeren Gebiete rund um die präparierten Strecken. Doch nur wenige sind sich der Gefahren bewusst, die damit verbunden sind. Am Nebelhorn hatte der DSV deshalb eine besondere Aktion gestartet. An fünf Mitmachstationen stand beim Safety Day das Thema Sicherheit im Fokus. Teilnehmen konnten alle Ski- und Snowboardfahrer mit gültigem Skipass. Egal ob Profi oder Anfänger. Die wollen wir mal ansprechen und sagen, neben der großen Freude seid euch bewusst, dass es damit auch Dinge gibt, die man als Risiko bezeichnen kann. Je besser ihr vorbereitet seid im Sinne von Material, im Sinne eurer Gesundheit, im Sinne eurer Kondition, im Sinne eurer körperlichen Verfassung, desto besser einen schönen Skitag zu erleben. Darauf wollen wir hinweisen, das wollen wir sensibilisieren. Wir haben dazu vier Stationen aufgebaut, die die Skifahrerinnen und Skifahrer einfach mal durchprobieren sollten. An einer dieser Stationen konnten Interessierte ihre Geschwindigkeit vorher abschätzen und dann einen leichten Hang hinunterfahren. Ein Messgerät zeigte dann, ähnlich wie bei einem Blitzer, die tatsächliche Geschwindigkeit an. Und die war für viele überraschend. Denn schon bei einer kurzen Strecke werden schnell 30 bis 50 Stundenkilometer erreicht. Der Bremsweg ist dann entsprechend länger, als viele denken. Wir haben eine andere Station aufgebaut, wo man mal sagt, wenn man ganz außerhalb der Piste fährt, vielleicht einen Lawinen- oder hoffentlich einen Lawinenpiepser dabei hat. Wie sucht man denn das? Wie findet man denn das? Hat man eine Idee, wie lange man dazu braucht, um auch da die Gefahren abzuschätzen? Nicht, um vom Skifahren abzuhalten, sondern um nur verantwortlich damit umzugehen. Und das mit den vielen Skiläuferinnen und Skiläufern, die sich damit wahrscheinlich noch nicht alle in der Tiefe und Breite auseinandergesetzt haben. Der Andrang an den Stationen war groß. Viele suchten das Gespräch mit den Verantwortlichen. Denn hier wurde nicht mit erhobenem Zeigefinger belehrt, sondern beraten. Was der DSV bei den Wintersportlern ins Gedächtnis rufen will, wer Skifahren geht, der sollte sich entsprechend vorbereiten. Nur wenn körperliche Fitness und Ausrüstung stimmen, ist ein schöner Tag im Schnee garantiert. Da rennen wir in Anführungszeichen die offenen Türen ein. Was heute Morgen sehr gut funktioniert hat. Mit Groß und Klein, mit Eltern und Kindern. Und da sind wir, glaube ich, sehr positiv unterwegs. Insgesamt darf ich vielleicht noch mal auch sagen, wir haben den Eindruck, dass die Sicherheitsthematik in den letzten Jahren sehr positiv zugenommen hat. Wirklich positiv. Aber es gibt einiges noch zu erläutern, zu erklären. Und das ist der Auftrag, den wir uns selber gegeben haben. Eine Art gesellschaftliche Verantwortung des Deutschen Skiverbandes. Nicht nur über Sicherheit sprechen, sondern sie auch erlebbar machen. Das war das Ziel beim Safety Day. Eine gelungene Aktion für die großen und kleinen Wintersportler. Also der Schnee ist doch irgendwo noch. Man kann Skifahren. Kann eine blinde Frau Bilder malen? Sie kann. Moderne Technik macht's möglich, dass Claudia Stiegelmeier-Kischischzadeh ihre Farben hört. Beinahe täglich sitzt sie vor der Leinwand und bewältigt so auch ihr schweres Schicksal. Denn diese ungewöhnliche Frau war nicht immer blind. Diese Farben können sprechen. Sie ist gelb, ähnlich zu zahlen. Moderne Technik macht es möglich, dass Claudia Stiegelmeier-Kischischzadeh ihre Farben hören kann, bevor sie aus der Tube kommen. Denn diese Künstlerin ist blind. Dann hab ich ein Gerät, das ist der Pen Friend. Das ist das hier. Und der erkennt mir meine Farben. Das heißt, wenn ich Farben bekomme, dann bespreche ich mit meinem Mann, welche Farben das sind. Und es gibt so besprechbare Etiketten. Und mein Mann sagt mir, das ist zum Beispiel Royal Blau, geht ins Königs Blau. Und so bespreche ich mir dann meine Etiketten, dass ich weiß, welche Farbe ich in der Hand habe. Und kann dann mit dem Pen Friend meine Farben hier noch abscannen, damit ich weiß, mit welcher Farbe ich male. Ich hätte das nur ein bisschen Grundierung gemacht. Aber dann machen wir da drauf einfach. Durch die Chemotherapie ihrer Leukämie hat Claudia Stiegelmeier-Kischischzadeh ihr Augenlicht verloren. Jetzt tastet sie mit den Händen ab, wie groß die Leinwand ist, die vor ihr steht. Schon drei Wochen nach ihrer Erblindung hatte sie wieder angefangen zu malen. Damals noch ohne technische Farberkennung mittels Pen Friend. Das Malen half ihr trotzdem, das verlorene Augenlicht zu verkraften. Irgendwie hat mich das dann wieder zurückgebracht. Es geht noch. Ich wusste zwar damals nicht wirklich, was ich mache, weil ich ja gar nicht wusste, welche Farben, wie, wo. Aber ab dann habe ich wieder angefangen zu malen. Eigentlich drei Wochen, nachdem ich blind geworden bin. Gemalt hatte sie schon als 18-Jährige, also lange bevor die schwere Krankheit ihr Leben vollkommen verändert hat. Deshalb kann sich Claudia Stiegelmeier-Kischischzadeh ihre Bilder auch heute gut vorstellen. Viele Menschen meinen immer, wenn man blind ist, sieht man schwarz. Und ich sehe nicht schwarz. Wenn ich male, sehe ich meine Farben vor mir. Dann merke ich wirklich nicht, dass ich blind bin. Und ansonsten sehe ich immer weiß. Und nur, wenn ich müde bin, sehe ich schwarz. Die blinde Malerin ist sehr fleißig. Die Vielzahl ihrer Bilder reichte sogar schon mal für zwei Ausstellungen gleichzeitig. So zeigte sie 21 Bilder in ihrer Heimatstadt Pfaffenhofen. Weitere Gemälde sind derzeit noch bei einer Jahresausstellung an der Uniklinik Köln zu sehen. Damit will sie anderen Patienten auch Mut machen im Kampf gegen den Blutkrebs. Ich hatte eine Leukämie und habe ziemlich lange Chemotherapie machen müssen, Knochenmarktransplantation. Und durch diese ganze Behandlung sind einfach die Augen beeinträchtigt worden. Und das Knochenmark ist immer noch in der Abstoßungsphase. Und durch das wurden meine Hornhäute abgestoßen. Und durch das bin ich jetzt blind geworden. Trotz ihrer schweren Krankheit hat Claudia Stiegelmeier-Kischischzadeh niemals aufgegeben. Gerade das Malen hat ihr dabei geholfen, ihr Schicksal zu meistern. Denn wenn sie malt, vergisst sie, dass sie blind ist. Viele Menschen haben, glaube ich, unter blind immer die Vorstellung, dass man erstens regungslos irgendwo sitzen muss, dass man kein selbstständiges Leben führen muss, dass es ein sehr beeinträchtigtes Leben ist. Und ich will eigentlich damit zeigen, dass man als blinder Mensch ein ziemlich normales Leben führen kann. Man kann zu 90 Prozent alles selbstständig machen. Ich kann kochen, ich kann arbeiten, ich kann malen. Bunte, kontrastreiche Farben drücken die Kraft der Blindenmalerin aus. Mit dem inneren Auge sieht sie genau, worauf es im Leben wirklich ankommt. Die AOK als modernes und innovatives Unternehmen macht sich auch im Service stets für ihre Versicherten stark. Und das nicht nur vor Ort, sondern auch online, zum Beispiel in den AOK-Ratgeberforen. In sechs Rubriken, vom Pflege- bis zum Nichtraucherforum, können Kunden sich austauschen, informieren und wertvolle Tipps holen. Vor allem in die Rubrik Ernährung wird häufig geklickt. Also das Ratgeberforum Ernährung, da werden sehr viele Fragen zum Thema Abnehmen gestellt. Also das ist eigentlich mit das Überwiegende. Dann gibt es auch zwischendrin ein paar Fragen, wenn irgendwelche Unverträglichkeiten vorliegen oder ganz spezielle Fragen, wie zum Beispiel Schwangerschaftsdiabetes oder Toxoplasmose. Aber der überwiegende Teil bezieht sich eigentlich aufs Gewicht. Mit Hilfe der Gesundheitskasse hat Melanie Kirsch es geschafft. In nur 13 Monaten hat sie unglaubliche 52 Kilo abgenommen. Auch das Ratgeberforum für Ernährung war für sie stets ein praktischer Begleiter während ihrer Diät. Für das Ratgeberforum der AOK habe ich mich entschieden, weil ich es von zu Hause aus bequem nutzen kann. Und durch meine Familie, durch meine Kinder die Möglichkeit nicht da war, zu treffen zu gehen. Melanie Kirsch hat das Forum aus den verschiedensten Gründen regelmäßig genutzt. Ich persönlich nutze das Ratgeberforum einfach, um meine Ernährung wieder aufzufrischen immer wieder. Immer wieder mir neue Tipps zu holen. Und ich würde auch gerne die Fragen anderer beantworten, die in diesem Forum Fragen stellen, damit diese Leute sehen, dass es funktioniert, dass man abnehmen kann durch eine einfache Ernährungsumstellung. Zum Abnehmen gehört auch viel Bewegung. Ratschläge können sich Interessierte im Fitness- und Bewegungsforum holen. Wo zum Beispiel kann ich einen Nordic Walking Kurs machen? Auf dem Straubinger AOK-Parcours gibt es immer wieder Kursangebote mit Bewegungsexperten der AOK. Apropos Experten. Selbstverständlich werden alle Ratgeberforen kompetent von Profis betreut. Diese Foren werden von über 40 Experten aus verschiedenen Fachrichtungen betreut. Das sind dann eben entweder Kinderärzte, Hebammen, Ernährungsexperten, Ökotrophologinnen oder Diätassistentinnen, Sozialpädagogen, Psychologen. Je nach Forum halt, sind es unterschiedliche Experten, die dazu Stellung nehmen und Antworten geben. Noch Fragen? Dann besuchen Sie unsere Ratgeberforen auf www.aok.de Bayern. Bis dann. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern live. Das heißt auch Sportgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten. Einmal rundherum. Jeden Sonntag auf RTL um 17.45 Uhr. Ja, da sehen Sie, was Sie nächste Woche wieder erwartet. Das war TV Bayern live für heute. Die Sendung und viele weitere Infos finden Sie auch auf tvbayernlive.de. Und wenn Sie einmal einen Blick hinter die Kulissen von TV Bayern live werfen wollen, dann besuchen Sie uns einfach mal bei Facebook. Also bis dahin. Nächste Woche Sonntag sehen wir uns wieder. Drei Viertel sechs, wenn Sie mögen. Bis dahin. Servus. Ciao.